Hallo liebe Leute, ich habe einen allerletzten Glückskeks gefunden. Das ist also der letzte Film in dieser Reihe, was ja auch lächerlich wäre, wenn ich jetzt 23 Filme gemacht hätte mit Glückskeksen. Nein, das ist der Film Nummer 6 und jetzt hört es auch auf. Und wie gesagt, Glückskekswagnis Nummer 6, denn es ist ein Wagnis, ob mir dazu etwas einfällt, was hier drin steht als Spruch. Weil, wenn mir dazu nichts einfällt, dann ist das Video gescheitert. Also, das wollen wir doch mal sehen. Och, das geht schon von alleine auf. Was haben wir denn hier? Etwas in Ihnen verspricht gute Gesundheit. Etwas in Ihnen verspricht gute Gesundheit. Ja, da fällt mir was zu ein. Denn, es ist ja so, wenn man zum Beispiel in sich Glück empfindet und Liebe, dann ist das etwas in einem. Und das verspricht wirklich gute Gesundheit. Denn das hat man ja herausgefunden. Wenn man also selig und so weiter gut dabei ist, in einem zur Ruhe kommt und geerdet ist, dann verspricht das gute Gesundheit. Na, und deswegen auch ein Tipp, man soll immer gucken, dass man sich im Gleichgewicht befindet, wenn es möglich ist, weil das verspricht gute Gesundheit. Wenn man unglücklich ist und so weiter, dann ist man in Gefahr, dass man zum Hausarzt muss. Also, das ist doch hochinteressant und kann einem zum Denken geben. So, das war der letzte Glückskeks. Das heißt, was der nächste Film so bringt, das weiß ich nicht. Ich bin ja selber immer gespannt, was mir so einfällt oder über den Weg läuft. Aber das werden wir beide erfahren. Du, lieber Zuseher, und ich als Produzent. Alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.